Servus Leute, euer MrZopf hier. Tag 4 ist angebrochen, heute das vierte Türchen. In diesem Clip, den wir heute sehen werden, sind LR11 und meine Wenigkeit höchstpersönlich zu sehen. Das war noch zu Zeiten, wo Amateurfußballspielen scheinbar noch erlaubt gewesen ist. Denn wir haben vor unserem Sportlerheim in geselliger Runde zusammen ein köstliches Böcherchen Apfelschorle getrunken. Diesen Clip möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Nein, da hätte jetzt der kommen müssen. Hey, überrascht auf! Ja, ja, lang ist sehr, dass wir Amateurfußball sehen durften. Zum Schluss des Videos nochmal eine Kleinigkeit zum Thema Verlosung. Ich habe eben ein sehr amateurhaftes Video gemacht, mit welchem Programm ich das im Internet auslose, beziehungsweise wie das Verfahren ist, um den Kommentar rauszukriegen, um den Gewinner auszulosen. Das packe ich gleich noch mit als nächstes ins Video rein. Da ist auch der Gewinner erwähnt und der bekommt dann gleich auch eine Nachricht von mir auf Instagram. Und ich gratuliere schon mal im Voraus. So, nochmal ganz kurz für die, die es interessiert, wie ich das mit dem Auslosen mache. Ich bin hier auf der Seite namepicker.net. Da meldet man sich einfach mit seinem Facebook-Account an, was kombiniert ist mit dem Instagram-Account. Dann gibt man hier das ein, in welchen Post man auswählen sollte. Ich habe den Gewinner gerade schon ausgewählt, den zeige ich euch gleich. Und hier kann man noch sämtlichen Kram einstellen, hier doppelte Kommentare rausgenommen werden, dies, das. Und wie viele Kommentare, also wie viele Teilnehmer ausgesucht werden. Und ja, dann klickt man einfach hier auf Start und der Gewinner des heutigen Abends ist Kevin Klapper. Und ja, dann klickt man einfach hier auf. Ja. Ja. Vielen Dank.